Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute gibt es ein paar kleine Infos zu den Legoland Sammelsteinen und wie man diese bekommt. Viel Spaß beim Video. Los geht's mit dem vielleicht bekanntesten Stein und zwar ist das der Fabrikstein von 2022. Den gibt es jedes Jahr in einer Neuauflage. Leider habe ich dazu keine so guten Nachrichten. Also mir ist gesagt worden, dass man an die Sammelsteine leider immer schwerer bekommt. Mit einem Sammler habe ich darüber gesprochen. Den habe ich darüber kennengelernt, dass er ein Bricklink-Handler ist, habe mich mit ihm unterhalten und hat mich seine ganze Sammlung an Sammelsteinen ganz stolz präsentiert und hat gemeint, dass man leider immer schwieriger rankommt. Das Ganze kann ich bestätigen. Also ich war fünfmal im Legoland, habe leider nur drei Fabriksteine bekommen, obwohl diese gratis sind. Und der Grund ist ganz einfach. Ab Hälfte diesen Jahres sind diese Steine, die man hier übrigens bei der Nummer 29 bekommt. Also hier ist der Eingang zur Lego-Fabrik und da bekommt man diesen Stein gratis. Leider bekommen den mittlerweile nur noch Kinder. Da habe sich schon einige darüber aufgeregt. Also ja, leider finde ich das schade, dass das nicht mehr jeder Besucher bekommt, weil viele haben die Steine schon über Jahre gesammelt und mittlerweile bekommen es dann bloß noch Kinder. Also ja, an den Stein kommt man normalerweise ganz leicht. Also bei Bricklink oder sonst irgendwo bei Ebay für ein, zwei Euro bekommt man den, wenn man braucht. Aber schade, dass man hier nicht mehr umsonst bekommt, dass das wirklich bloß noch Kinder bekommen und dass man als Erwachsener eigentlich keine Chance mehr hat, an diesen Stein zu kommen. Weiter geht es mit diesem Sammelstein. Den habe ich mir dieses Jahr erarbeitet, weil ich fünfmal im Legoland in Deutschland war. Ich habe sechsmal insgesamt das Legoland dieses Jahr besucht, allerdings einmal in Dänemark. Das zählt hier nicht zum Ranking. Diesen Stein gibt es dann noch in der Version 10x und 15x und ich habe mir gesagt, dass der 5x-Stein jetzt nicht unbedingt etwas Besonderes ist, dass Leute fünfmal ins Legoland gehen. Für mich allerdings schon. Also, dass ich fünfmal ins Legoland gehe, das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Aber es gibt natürlich auch noch die Version 10x und 15x. Es gibt keine 20x25, also bei 15x ist dementsprechend Schluss. Der 10x dementsprechend seltener und der 15x ist dann recht seltener, also ganz selten sozusagen, weil das sind nur Leute, die rund um Günzburg sozusagen wohnen oder regelmäßig hingehen. Und an den Stein kommt man eigentlich relativ selten. Deswegen hat er auch bei Bricklink und auch bei Ebay hat er dann dementsprechend einen höheren Wert. Dann bin ich dieses Jahr an einen besonderen Tag ins Legoland gegangen und zwar an einem der beiden Tage, an denen es diesen Legosammelstein gab. Eigentlich keine gute Idee, weil an diesen Tagen ist das Legoland normalerweise recht voll. Also, da sind immer am Wochenende und wer Fahrgeschäfte da, für wen das im Vordergrund steht, der sollte lieber unter der Woche versuchen ins Legoland zu gehen. Am besten, wenn keine Ferienzeiten sind. Also, da hat man mehr vom Legoland, da hat man auch entspannteres Einkaufen. Also, an dem Tag, was will ich, der stressigste Tag für mich und ja, ich muss da auch tatsächlich zum ersten Mal bei Fahrgeschäften anstehen. Also, normalerweise bin ich das nicht gewohnt, weil ich da immer unter der Woche gehe. Habe ich auch schon ein paar Videos dazu gemacht, wann ich ins Legoland gehe und wann die beste Zeiten dafür sind. Und ja, dafür habe ich diesen Sammelstein hier bekommen. Werde nächstes Jahr versuche auch nochmal diese Sammelsteine hier zu bekommen. Um also an den speziellen Tagen dann trotzdem hinzugehen, obwohl es am Wochenende ist und obwohl man vielleicht nicht so viel Spaß hat. Und da werde ich mir auch versuchen, diesen Sammelstein hier zu holen. Da kann man es nochmal sehen. Also, das Ganze ist natürlich gratis. Diesmal der von Ninjago. An diesem Tag war ich nicht im Legoland. Also, nur am 25. und 26. Juni gibt es das Ganze. Und da kann man sich den Sammelstein holen. Am besten dann wahrscheinlich am 25. hingehen, dass am 26. das Ganze nicht irgendwie ausverkauft kann. Kann man ja nicht sagen, aber vergriffen ist, weil steht ja hier der Absatz noch, solange der Vorrat reicht. Also, diesen Stein würde es natürlich auch dann oder hätte es an diesem Tag dann auch gegeben. Hätte man sich dann auch in Verbindung mit einer Jahreskarte dann gratis holen können. Dann sprechen wir noch über den Wert dieser Sammelsteine. Also, bei Ebay, bei Bricklink und so weiter sind diese Fabriksteine, wie gesagt, bei 1, 2 Euro. Die Preise von diesen Sammelsteinen, die variieren irgendwie bei Ebay. Also, für manche sind die tatsächlich nichts wert oder nicht viel wert, wenn man sie umsonst bekommt. Ein Beispiel dafür zeige ich hier gerade nochmal. Also, diesen Sammelstein, obwohl er von 2021 ist, habe ich auch dieses Jahr bekommen. Und zwar auf dem Flohmarkt. Und zwar diese vier Stück. Könnt ihr jetzt kurz überlegen, was ihr dafür bezahlt hättet. Ich habe genau 50 Cent dafür bezahlt, also für alle vier zusammen. Und der Verkäuferin war es einfach nichts wert. Also, sie hat an irgendeinem Preis gesagt. Ich habe noch nicht mal verhandeln müssen. Also, sie hat 50 Cent gesagt. Ich habe gesagt, ja, für mich war es ein gutes Geschäft. Für sie war es auch ein gutes Geschäft. Weil ein gutes Geschäft kennzeichnet sich darin, dass beide Seiten zufrieden und glücklich sind. Und die Verkäuferin war absolut glücklich mit ihrer 50 Cent. Ich war glücklich mit meiner Sammelsteine. Für mich sind diese Sammelsteine viel mehr wert. Also, einer schon mehr natürlich als 50 Cent. Für die Verkäuferin war es nicht mehr wert. Und so setzt sich das Ganze auch zusammen aus Angebot und Nachfrage. Das ist generell bei Lego so. Und generell auch kann man auf ein ganzes Videos projizieren. Angebot und Nachfrage. Je höher das Angebot ist, desto geringer der Preis. Und je niedriger das Angebot und je höher die Nachfrage, je höher der Preis logischerweise. Also, so setzt sich das Ganze zusammen. Und so ist es natürlich auch bei diesen Sammelsteinen. Und so kann man das hier auf alle Sammelsteine dann sozusagen projizieren. Wo gibt es jetzt noch Sammelsteine, die ich jetzt noch nicht vorgestellt habe? Und zwar, die gibt es unter anderem bei Figuren, die irgendwo rumlaufen. Die haben aber normalerweise nie gefühlt Sammelsteine dabei. Und hier einmal bei der Pyramidenrallye, bei den Pyramidenrennen, habe ich hier einmal noch das exklusive Set. Also da muss man hier einmal das Feuer löschen. Und wenn man da Erster ist, also wenn man das ganze Rennen gewinnt, was nicht so einfach ist, was ich festgestellt habe, dann bekommt man da so einen speziellen Stein. Also ich habe es dieses Jahr nur zweimal versucht und zweimal leider gescheitert. Also nächstes Jahr habe ich mir das definitiv vorgenommen, dass ich das ganze Ding gewinne. Es ist nicht einfach. Man braucht da spezielle Technik. Ich glaube jetzt, ich habe die Technik jetzt rausgefunden. Da habe ich mich da auch wirklich mit ein paar Leuten darüber unterhalten. Und mich das Ding hier, wie gesagt, nächstes Jahr gewinne ich das auf jeden Fall. Also da bin ich dran. Und ihr könnt mir gerne noch in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, wo man noch irgendwie Steine bekommt. Falls ich noch irgendwas nicht aufgezählt habe. Oder falls ihr noch irgendwie einen versteckten Stein kennt, den man noch irgendwo im Legoland finden kann, den man noch entdecken kann. Schreibt es mir doch bitte einfach in die Kommentare. Ich sage dann heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.